Sie konnte ich nur so dumm sein. Es ist ja auf die Stunde genau hatte, dass meine Astrologin vorher berechnet. Wir haben ja nur den Zeitunterschied zwischen Moskau und Hamburg nicht mit einberechnet. Nein, 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 es läuft alles nach Plan. Noch nie standen die Sterne so günstig. Ach ja, und der Botschafter bat darum, dass du bitte den Adenauer zurückrufst, ganz dringend. Ja, und das schon seit drei Tagen. Ja, gestern hatte ich ihn selbst dran, der war ganz aufgebracht, fragte, ob wir jetzt Krieg führen würden und dann noch sowas wie, ich habe es nicht ganz genau verstanden, der Rubikon sei überschritten. Ach ja, der Adenauer, der kann warten. Was hingegen? Kein Aufschub duldet ist die Lösung der deutschen Frage. Na, wie machen wir es? Meine Herren, bitte um Vorschläge.